Okay, okay, also da kommt einer und hilft, äh, wird uns das reparieren. Das ist schon mal sehr, sehr schön zu hören. Wir gehen einfach mal nach draußen. Oder? Geht's auch nach draußen? Ja. So, und gucken uns hier draußen mal ein bisschen um, würde ich sagen. Äh, wo können wir dann da hingehen? Hallo? Achso, jetzt geht's. Da kommen wir ja nicht rein. So, hiermit geht's bestimmt. Ne. Es ist sauber genug, findest du. Na dann. Ah, das geht nicht. Mist. Ist doof. Wir bräuchten irgendeine Zange oder so, um das aufzubrechen. Also Auto bringt uns auch nichts mehr, da kommen wir auch nicht, äh. Even if I wanted to leave, I could not so do on foot. Okay. Ich will fahren. Oh, 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 oh. Mann, oh, 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 oh. Wir machen jetzt ein Hubkonzert. Vielleicht hört uns irgendwer? Ne, auch nicht. Oh, schade. Hm. Tja. Wir wollen ja hier eigentlich gar nicht weg. Ist ja so schön hier. Hallo. So, jetzt geht's. Ja, ja, das ist alles so schön. Wir gehen dem Weg entlang. It was hopeless. The rust won't allow the store to be opened. Ehh. So. So. Oder. So. Oder. Ah. Ich frage mich, warum hier überall so Dinger sind, da kommt man ja nicht rein. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's auch noch einen Weg? Bisschen links und rechts gucken nicht, dass wir da irgendwo was übersehen. The soil in this area of the garden was the void of life. Ah, ja. Aha, okay. The massive double door loading on the interior of the... C-Campel. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wer lockt. Ja, ja. War klar. Kann man das aufspüren? Oh. The key doesn't fit. Ah, nimm... nimm ein Stück Klappen. Oh Mann. Geht's hier irgendwo weiter? Geht's hier irgendwo weiter? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Äh. Achso, hier müssen wir wieder zurück. Okay. Ah, hier ist das Häuschen. Ja. Von da kommen wir. Okay, hier waren wir. Hm. Bei unserem Auto ging's da ja auch nirgendwo weiter, oder? Hallo? Ja. Ja. Hier waren wir. Äh, tja. Hier ging's lang? Gehen wir nochmal hier hin? Hallo? Hier waren wir auch schon. Hier haben wir auch schon angeguckt. Aha, da ist jetzt was drin. Mr. Arted. Mr. Carter sent me here today to fix a power problem in your residence. It was told to meet you at the gates, but I've waiting a few minutes and still haven't seen any sign of you. I will wait soon more and then leave. Please contact Mr. Carter as soon as possible. Hallo? Okay. Dann müssen wir wieder nach dringend und telefonieren. Ah. Ja, super. Was bringt mir das, wenn der draußen an der Dings wartet und nicht mehr weiß, dass irgendwer kommt? Das Spiel hat ne Logik. Total. Hm. Hier. Äh, so. Wieder mal telefonieren. Dann. 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 Ach Gott, ach Gott, ach Gott, wir sollen das selber richten. Naja, wir waren ja im ganzen Haus und ich hab da nirgendwo irgendwo so einen Schaltkasten oder irgendwas in der Art gesehen, was da irgendwie passen könnte. Gucken wir mal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drin waren. No smoking can killing you. Genau. Wird nicht geraucht. Naja, klar waren wir hier schon wegen dem Weinglas. Da wird wohl wieder kommen, dass er wieder kommen ist als Spaten. Also wirklich. Ich bin beeindruckt. Was sind wir denn jetzt? Ein Esszimmer, okay. Hm, dann gehen wir mal hier lang. Einfach nochmal durchgucken. Ansonsten rufen wir dann einfach nochmal an. Nochmal an. Und solange wie es nur möglich ist. Hier war die Küche. Ach, hier geht's auch noch wohin. Ich weiß gar nicht, wo es da jetzt hingeht. Ah, okay, da geht's noch weiter. Ähm, da hin. Ah, vielleicht mit einem Lappen. Ah, vielleicht damit. Vielleicht damit. Vielleicht damit. Ah. Ach, zünds doch an. Aha, okay, das ist unser Tagebuch. Ja, super, was bringt das, dass wir hierhergegangen sind? Ach, jejeje. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist auch nichts. Oh, huch. So. Nochmal, hier geht's ja eh nicht weiter, hier geht's sonst auch nix weit. Geh wieder nach drinnen. Wie die Türen aussehen, also wirklich. War das früher eigentlich schon? Achso, ja, klar war das da. Klar war das da. Ja, und hier haben wir auch geguckt. Da waren wir ja auch schon. Und da war das Badezimmer. Da waren wir hier ebenfalls. Gehen wir wieder zurück. Hallo? So. Dann... Ah, da. Dann wieder zurück. Ich glaube, da müssen wir noch eins zurück. Ich weiß gar nicht, wo wir das sind. Ne, hier sind wir. Dann hier wieder durch. Dann sind wir jetzt, glaube ich, schon Nacht. Mir kommt so vor, dass es finsterer wird. Ja, hier ist ja auch nix. Nochmal hier durch. Ja, gehen wir müssen wieder telefonieren. Ja, hier ist es. 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 Was ist, Michael? Blackwood, I think, went mad and killed his wife. I do remember the date, though. May, 1963. James. James Blackwood, according to the stuff I've been reading. So you're already turning the place upside down? I should have thought so. There's enough material for a whole series of stories here, you know. Oh, do you finish your book, my friend? Yeah, yeah. But it can never hurt poking around a little. Would you just get back to work? Call me if you need anything. Alright. Goodbye. Nochmal? Ja, klar. Geht nochmal. Oh, vielleicht jetzt? Oh, Mist. Ja, der hat uns ja früh gesagt, er braucht ein Datum. Kann ich mich daran erinnern. Das war bei den Zeitungen oben. war das hier noch höher? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, das war unser Zimmer. Können wir jetzt schlafen gehen? Oh, mein Name. I never first... Es war ein paar Wochenende. Es war ein paar Wochenende. Es war ein paar Wochenende. Äh, gehen wir wieder raus. So. So. Wir müssen... Hier geht's, glaube ich, nach oben. Ja! Noch mal! Und hier. Und hier hoch.